Ich erkläre euch heute mal den Erkenntnisprozess, weil der Bischof und ich, wir haben uns mal ausgedacht, dass das genau so funktionieren muss. Das Prinzip von Geschichten, also auch von Sagen, die es überall schon seit Jahrtausenden auf der Welt gibt und überall auf der Welt funktioniert das nach dem gleichen Schema. Und wir haben uns gedacht, dann muss das ja irgendwie mit einem Bewusstsein zusammenhängen, was jeder Mensch auch in sich ausbilden kann, sagen wir das mal so. Und zwar ist es nämlich so. In der Heldenreise, in der Urheldenreise, geht der Held, wie wir das kennen sozusagen, auch dem Prinz im Märchen, der folgt einem Ruf des Abenteuers. So, den Ruf des Abenteuers, den haben wir genannt, wenn man so sich eine besonders wichtige Frage stellt, den Reiz. Wenn man überhaupt anfängt, über etwas Bestimmtes nachzudenken, klar? So, wenn das dann stattgefunden hat, dann meistens weigert sich der Prinz erstmal auf die Reise zu gehen. Es findet also erstmal eine Weigerung statt. Und im Märchen ist es oft so, dass dann der Mentor auf den Plan tritt. Und der Mentor erzählt dann dem Prinzen oder gibt ihn einen Schubs, dass er sagt, doch, ich gehe jetzt los und ich rette die Prinzessin jetzt, weil der Mentor hat mir klargemacht, warum das wichtig für mich ist und wie ich das angehen könnte. Und genauso ist das auch, wenn wir uns besonders wichtige Fragen stellen, dann fällt uns auf einmal ein Buch in die Hände und dann haben wir das Gefühl, ja, wir sollten uns doch mit diesem Thema auseinandersetzen, klar? Und zwar haben wir das genannt, diese Phase, die Benennung der Möglichkeit einer Selbstbefreiung. Was dann passiert ist, dass im Märchen oder in der Sage der Prinz sich erst einmal überwinden muss, um in eine unbekannte Welt zu gehen. Denn hier befindet er sich, während das alles passiert, in seiner bekannten Welt. Kann man das nicht sagen, Sicherheit und Unsicherheit? Er geht von einer sicheren Welt in einer für ihn noch unsicheren Welt, ja, das kann man richtig, das kann man so sagen. Und um da hinzugehen, muss man sich überwinden, ja, man muss eine, und genauso ist das bei der Erkenntnis auch. Wenn ich jetzt anfange, mich mit diesem bestimmten Thema, dieser Frage auseinanderzusetzen, muss ich anfangen, mir darüber Informationen oder irgendetwas zu suchen, mich innerhalb dieses Feldes zu bewegen. Also, schreiben wir hier mal hin. Erste Überwindung. So, und zwar übertritt der Prinz die Schwelle in die ihm unbekannte Welt. Unsicher. Dann geschieht erst einmal der große Weg von mehreren Prüfungen. Ja. Und diese Prüfungen, die werden immer schwerer. Bis dann irgendwann die höchste Prüfung auf ihn wartet. Und beim Prinzen ist das meistens ein Drache oder sowas, den er jetzt irgendwie erschlagen muss. Ja, ja. Und bei uns ist das meistens das Kapitel, über den wir jetzt am allermeisten verzweifeln oder das, was wir an Text so überhaupt nicht verstehen zu dieser Frage, die wir uns doch jetzt gestellt haben. In dieser höchste Prüfung haben wir definiert als die Wahrnehmung der Bedingungslosigkeit. Ich muss mich also diesem Text oder der Sache, der ich mich widme, bedingungslos für einen Moment zumindest verschreiben, um sie voll und ganz verstehen zu können. Und dann, wenn wir das getan haben und das erfolgreich getan haben, dann ist das beim Prinzen so, dass der mit dem Elixier nach Hause kommt, beziehungsweise mit der Prinzessin oder irgendwas, was jetzt dafür sorgt, dass seine sichere, bekannte Welt noch toller wird und alles ist ganz wunderbar und am Ende gibt es ein Happy End. Ähm, das Elixier ist in Bezug auf den Erkenntnisprozess, ähm, die Erkenntnis des Erkennens, dass wir also begriffen haben, dass wir Dinge erkennen können. Das muss man erst mal erkennen, dass das funktioniert und dass das immer wieder funktioniert vor allem. Und dann tritt der Prinz den schwierigen Rückweg wieder an. Und da haben wir uns gedacht, dass, äh, wenn er auf diesem schwierigen Rückweg ist, äh, dass dann in unserem Kopf, wenn wir eine Erkenntnis verfolgen, ähm, der Beginn des bewussten Gebrauchs des freien Willens stattfindet. Dass wir also anfangen, uns unseren freien Willen, den wir jetzt kennengelernt haben in unserem ganzen Abenteuer, das in unserem Kopf stand gefunden hat, ähm, dass wir den, ähm, sehr bewusst gebrauchen können eigentlich, und zwar immer wieder. Und dieser schwierige Rückweg führt uns dann letztendlich zu einer zweiten Überwindung. In Bezug auf den Erkenntnisprozess ist das, sozusagen die zweite Überwindung, die bewusste Identifizierung mit der Ebene der zu benennenden Möglichkeiten. Dass wir also quasi, auf einmal begreifen, dass wir selbst uns damit identifizieren müssen, dass wir alles aus allem selbst machen können. Das, was wir uns vorgenommen haben. Die Frage, die wir uns gestellt haben, die können wir beantworten, wenn wir uns voll und ganz mit all dem ganzen Umfeld identifizieren. So, und es geht dann weiter, denn das Märchen ist ja noch nicht, er ist ja noch nicht wieder zu Hause. Denn erst mal findet noch die Erneuerung statt, denn der Prinz hat ja in seinem, äh, Kampf hier unten in der unsicheren Welt auch Blessuren von sich, also mit sich getragen. Er hat auch Wunden und lauter solche Sachen, äh, bekommen und deswegen muss er jetzt sich erneuern. Und das ist bei uns die Selbstermächtigung. Vielleicht erinnert ihr euch, Selbstermächtigung? Das hatten wir auch schon mal, haben wir schon mal gehört. Nachdem er sich seines Selbst ermächtigt hat, findet die Vervollkommnung statt. Und dann ganz am Ende ist der Prinz der Meister zweier Welten. Denn er kennt die bekannte Welt und er kennt die ihm unbekannte Welt. Ganz genau so sieht es aus. Und für uns ist er dann aber eigentlich, wenn wir den Erkenntnisprozess betrachten, ein dreifacher Meister. Denn wenn wir etwas erkannt haben und wir sehen, dass wir etwas erkannt haben, dann gibt es ja immer noch etwas, das das erkannt hat. Und das ist sozusagen die dritte Ebene, von der wir aus denken. Würden Sie bitte mal erläutern, wie Sie sich im Ganzen das vorstellen? Also wir sind losgegangen als zwei Helden und haben uns die Frage gestellt, wie funktioniert der Erkenntnisprozess? Und er muss ja praktisch einen Beutezug mitbringen? Ja, genau. Und das war dann sozusagen dieses Blatt Papier, wo das alles aufgeschrieben ist. Das war das Elixier, mit dem wir dann in die uns bekannte Welt wieder getreten sind. Wir kennen uns ja. Und jetzt sind wir hierhergekommen und haben gedacht, das Elixier, was wir gefunden haben. Das bringen wir jetzt zu euch und sind hoffentlich in der Vervollkommnung und sind dann die Meister zweier Welten und haben euch hoffentlich alle mitgenommen. Ja. 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 Maarten oder Wernherz man? Ja. Ja. particles. Ja.